Horizontale Wasserhaltung Bei größeren Baugruben ist die horizontale Wasserhaltung die beste Möglichkeit, um die Bauarbeiten im Trockenen ausführen zu können. Über eine eingefräste Drainageleitung mit Anschluss an eine Vakuumkolbenpumpe wird das Grundwasser dem Boden durch Erzeugen eines Unterdrucks entzogen. Mit unserer Drainagemaschine wird der Drainagestrang bis in eine Tiefe von maximal 7,8 Meter unter Geländeoberkante eingefräst.